Ja, da ist wieder der Ben Hoshi mit einer weiteren Folge von World of Warships und heute mit der Clemson. Schauen wir mal, was wird. Jo, so, wieder diese, oh, dunkel. Duster. So, ja, wieder die Ocean Map. Sehr interessant. Schmeckt mir überhaupt nicht, aber was soll's. So, obligatorischer Höflichkeit muss sein. So, auch wenn die alle noch pennen. Es ist Sonntagmorgen, um genau zu sein, wie spät haben wir es? 11.12 Uhr, also vormittags, morgens. Ja, der Livestream gestern war recht amüsant. Es waren nicht viele Zuschauer da, aber war recht lustig. Aber warum ist denn die Musik jetzt so laut? Moment. Einstellung, Lautstärke, Musik. Das ist ja abartig. Ist die immer noch so laut, ey? Oh, sag mal, was ist denn das hier? Machen wir jetzt mal die Musik ganz aus. So, machen wir jetzt mal so. Weil die Musik ist ja grauenhaft, ey. Ja, ich hab dir gestern so viel rumgespielt beim Livestream, also das ist all ja. So, schauen wir mal, was wir hier überhaupt jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja, übrigens, nehme ich wieder in 60p auf, also hoffentlich fällt's einem auf. Ich wurde mal drum gebeten, doch mal wieder in einer besseren Auflösung zu spielen. Und ja, das machen wir doch jetzt einfach mal. Oh, ich werde mich mal hier verstecken. Oh, fragt sich jetzt nur, wann ich den mal in die Reichweite kriege. Oh, da ist ja neuer noch. Oh, da ist ja neuer noch. Oh, da ist ja neuer noch. Wahoo. Oh, hooo. Oh, fragt. Und ich kann hier noch nicht mal irgendwas reparieren Ist das zum Kotzen Muss ich hier wieder ganz schnell verschwinden Muss ich mal ein bisschen in die Mitte fahren Wie gesagt, meine HP sehen nicht gerade besonders intelligent nicht, aber nicht gerade gut aus So, ich hoffe, meine Torpedos sind jetzt wieder einsatzbereit Äh, nein Ja, ähm, ja Oh Vernichtender Schlag, okay Und erstes Blut Yo, ey, wow Also mit den Auszeichnungen, Hagels momentan bei mir, hatte ich gestern noch Ich glaube, ich hatte, äh, das höchste war, was ich in einem Spiel hatte, waren drei Auszeichnungen Also, äh Will ich mich nicht beschweren, ne? Ja, die Kohlberg Schönes Schäfchen Achja, das ist Ja, aber das ist, wie die sind, die Open Für mich ist das immer noch die Open Sea Map, also, oder Open World Map Aber ich meine die Ocean Map Das ist halt, ähm, naja, ist halt irgendwo drin Ach, der versteckt sich hier erstmal Wo ist Army, okay Ach, nur, ja, äh, ist es auch Naja Nee, 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 nee Ja, das ist immer das Blöde, weil, wie gesagt, man kann sich hier nirgendswo verstecken Geht nicht Ärgert mich auch, aber ist halt so Naja Na gut, ähm, bevor wir uns das hier noch länger antun Würde ich einfach mal sagen War es für heute mal eine kurze Folge Äh, ich danke euch fürs Zusehen Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal Lasst mir ein Däumchen nach oben da, würde mich riesig freuen Schaut doch mal meine anderen Let's Play rein Vielleicht gefällt euch da auch noch irgendwas Und dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet Und schaut doch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei Und da, äh, der Link dazu ist oben rechts in meinem Kanal-Banner Steht ganz klein Live-Stream Und da einfach mal draufklicken und einfach mal ein Follow da lassen Wird in Zukunft wieder öfter mal was los sein Solange wie sich die Zuschauerzahlen halten Gut, also ich wünsche euch noch was Bis zum nächsten Mal Euer Ben Horschi Ciao